Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Football Manager 2021. Heute mit ein paar Änderungen, aber immer noch mit Jan. Hallo. Ja, willkommen. Also es wird cool. Wir haben Änderungen vorgenommen. Wir haben erweiterte Higglets jetzt an, weil wir uns dadurch erhoffen, im Spiel mehr einstellen zu können. Umfassend, beziehungsweise ganzes Spiel, dafür haben wir einfach die Zeit nicht. Wir müssen ja hier aufnehmen und vorankommen. Ja, aber ansonsten, das haben wir schon mal gemacht. Taktik ein bisschen umgestellt. Ich, du, ein bisschen mehr. Das ist egal, das kannst du jetzt gleich den Leuten nochmal erzählen. Und ja, dann hoffen wir einfach. Du hoffst, ich hoff. Es gibt einfach nichts anderes außer Hoffnung. Wir beide hoffen. Viel Spaß bei der Folge und drei Spieler wieder. Es wird cool. Hoffen. 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 Tschüss. Ja, ich gehe auch. Tschüss. Okay, Leute. Ganz kurz. Besprechung. Und zwar, ja, wir haben jetzt Spiele gegen Mainz, Augsburg und Gladbach. Und Mainz, Augsburg, vor allem Mainz, Augsburg, sind halt Spiele, die wir eventuell gewinnen sollten. Ja, also ich will es ja nicht schlecht kritisieren oder so. Deswegen, hier guckt, ist eigentlich schon okay. Ich bin einfach gespannt. Sagen wir es einfach so. Ich bin einfach gespannt. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Und wir gucken einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Und Training habe ich jetzt ein bisschen was im Kopf, im Hinterkopf. Aber das machen wir erst nach Mainz-Spiel. Weil das hier sind die jetzt eh auf Länderspielpause. Das hatte ich ja alles schon eingestellt. Ab 17. kommen die wieder zurück. Da trainiere ich dann noch so ein paar Sachen. Das hatte ich ja alles schon eingestellt. Das lassen wir jetzt erst mal so. Nach dem Mainz-Spiel will ich dann noch mal spezifisches Training machen. Aber ich gucke mir jetzt erst mal das Mainz-Spiel an. Und dann wird sich vielleicht meine Meinung wieder verändern. Also mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ganz ehrlich. Jetzt zu Hause gegen Mainz- und Janspiel so parallel. Es wird lustig. Es wird halt, es ist halt, wie ich es gesagt habe. Ich muss punkten. Und wahrscheinlich tue ich es jetzt wieder nicht. Und dann, dann ist halt das Problem da. Sonst, wenn ich jetzt punkte, dann ist es nicht so schlimm. Aber, keine Ahnung. Das ist die Aufstellung und ich warte jetzt, was passiert. Sehe ich Chancen, wo ich denke, ey, da passiert ja doch nichts. Also ich hatte in der 6. Minute schon die erste Chance. Ich auch und da ist nichts passiert. Ja doch, ich habe aufs Tor geschossen. Ich nicht. Das ist einfach weg, das Hingeln. 1 zu 0 gegen mich. Echt? Joe Philipp Mateta. Das ist ein Arschlauch. Ich habe drei Schüsse, die einen und die führen. Und meine drei habe ich alle gesehen. Alle nicht aufs Tor. Nice. Alter, der muss mal ins Tor schießen. Also Leute, ich kann doch natürlich auch gerne das gesamte Spiel zusammenschneiden. Weil dann würdet ihr sehen, dass ich die letzten 20 Minuten nur vor der im Tor war. Aber trotzdem führen einfach die. Oh, das wäre es fast gewesen. Und bei mir ist es das. Endlich. Oh, so Millionen Mal hochverdient. Also wenn die Fans hier heute meckern, wir spielen so offensiven Fußball. Und da haben wir uns halt einmal auskonnen lassen. Oder zweimal, aber einmal haben sie ihn reingemal. Leute, Halbzeit. Wir sind viel, viel besser. Haben aber noch nicht so viel Zielwasser geschluckt. Wir sind einfach die ganze Zeit am Ball. Wir haben einfach die ganze Zeit Chancen. Also die Higlitz bestehen nur aus meiner Mannschaft einfach. Und ja, steht leider 1-1. Also nicht ganz gerecht. Ja. Verdient ist es. Endlich soweit. Führung. Und jetzt müssen wir das nur über die Zeit bringen. Tiki Taka hin und her. Oh mein Gott. Fast das nächste Tor. Jawohl, er pfeift ab. Crazy Sache auf jeden Fall. Leute, wir haben hier das Spiel gewonnen. Also wenn das nicht verdient ist, dann weiß ich auch nicht. Es gab sehr, sehr viele Sachen, die mir gefallen haben. Allerdings, was mir nicht gefallen hat, ist, dass wir halt nur ein Torabstand haben und das so spannend gemacht haben. Aber ist egal. Wir haben drei Punkte und das ist das Wichtigste. Leute, Hammerspiel. Also ich meine, ich bin sowas von am Schwitzen gerade. Es war ein Up and Down. Ich sage es euch, also kranker geht es nicht. Ich habe echt, wir haben halt gut gespielt. Und ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, das gibt es nicht, dass wir hier das Tor nicht machen. Wir eröffnen quasi diesen neunten Spieltag. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen damit eingefreundet, wenn ich jetzt da nichts hole, dann ist es der neunte Spieltag und ich habe neun Punkte. Das ist okay. Aber ja, wäre natürlich cool, wenn wir wenigstens ein Unentschieden rausholen. Aber ich kann halt echt nichts versprechen, weil Augsburg ja scheinbar doch einen guten Tabellenplatz hat. Und ich halte von Augsburg ja eigentlich relativ viel. In echt, meine Damen und Herren. Also ich bin sehr gespannt. Meine verletzten Spieler, alles auch ein bisschen blöd. Kein Rechtsverteidiger, den wir wechseln können. Der ist auch immer noch nicht so richtig da. Aber es nervt einfach alles. Ich bin sehr gespannt, wie sich das hoffentlich entwickelt zum Positiven. Das ist einfach kein... Oh mein Gott. Cyclic wird damit nicht unterbrochen und meiner böllert an den Pfosten. Vom allerfeinsten. Also das war ein Gerät, der muss rein. Dann haben wir ein Traumtor. Ein XG wäre das besser. Doppelt so gut. Aber halt wieder null aufs Tor. Das ist einfach so schlecht. Oh. Ecke. Gegentor. Das ist aber immer noch so ein Problem. Das habe ich gerade voll vergessen. Aber das ist tatsächlich immer noch so ein Problem. Wo ich nicht wirklich weiß, was ich dagegen machen soll. Jawohl. Direkte Antwort. Das ging schnell. Anstoß. Schöner Pass. Und Salai, den ich vorhin so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob der so gut in die Mannschaft passt. Er hat jetzt schon sein zweites Sortor. Also, er muss sich vielleicht nur gewöhnen. Ich weiß nicht. Oxford. Junge. Krass. Die haben studierte Spieler. Ja, und ich nicht. Alter. Jetzt haben die immer noch mal einen Pfosten-Treffer. Das ist auf jeden Fall verdient. Gut, Leute. Wir gehen in die Halbzeit. 1-2-1. Hier kann ich jetzt nicht sagen, dass ich besser bin. Weil es wirklich ein Hin und Her ist. Ich habe halt nur zwei Pfosten-Treffer, die einen rollen. Ja, aber ich muss jetzt mal gucken, was ich mit... mit Salai mache. Boah. Boah. Ey, mir geht der Kackstift. Es ist so krass, Alter. Es ist so heftig. Komm, bitte. Du bist zu 94. Ja. Alter, du hast einen Torwart neu gewählt. Nee. Komm, pfeif doch einfach ab. Es ist 95 schon. Es ist 95 schon. Ja. Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Definitiv, Leute. Definitiv. Leute, hier... Kno Shang-Hun ist jetzt endlich wieder von der Verletzung quasi zurück. Ähm, und Training habe ich ein bisschen eingestellt. Äh, ich habe nämlich jetzt individuelles Training gemacht. Ich habe, ähm, den Torhüter noch gar nichts gegeben. Was kann man denn bei den Torhütern beispielsweise noch einstellen? Reaktion. Ja, machen wir mal einfach mal Reaktion. Ähm, bei ihm auch. Ja, komm, wir machen einfach mal Reaktion bei den Torhütern. Ich habe relativ einheitlich eingestellt. Bei Torhütern habe ich jetzt Reaktion. Bei den Verteidigern habe ich Lufttorhütern, weil wir einfach kopfvoll schwach total sind in der Defensive. Ähm, bei den Außenverteidigern habe ich Flanken eingestellt. Mittelfeldspielern habe ich, ähm... Loll, bei ihm hier zum Beispiel Ballkontrolle eingestellt. Und bei meinen, ähm, Außenstürmern habe ich offensive Laufwege und bei Mittelstürmern Torschüsse. Das habe ich da jetzt mal so eingestellt. Und, äh, für nächste Woche bis zum Gladbach-Spiel habe ich, äh, Standarddefensiv-Defensiv, viel Defensiv, auch mal Schüsse abwehren und dann zum Spiel hin habe ich noch mal Chancenverwertung, bisschen offensiv und soziales Engagement und Teamgeist. Ähm, von der Belastung her sieht es wie folgt aus. Denke ich, geht fit. Ich hoffe, dass sich da keiner verletzt. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich spiele cool und deswegen spiele ich jetzt parallel mit Jan. Und, äh, ja, ich, ähm... Oh, du spielst gegen Gladbach, ich spiele auch gar gegen Gladbach. Borussia auf jeden Fall. Und, äh, beide Heimen, äh, beide gegen starke Teams kann man ja eigentlich sagen. Puh, ich habe schon ziemlich viel Angst. Union hat mich überholt, Alter. Union. So ein Drecksverein, sag ich dir. Stimmt. Ja, diese ganzen Sachen hier. Das hätten sie nicht geschafft, wenn ich gegen die gewonnen hätte. Halbzeit 0 zu 0. Halbzeit 1. Ja, Halbzeit 0 zu 0. Ich sehe das eigentlich ganz gut an, dass wir hier noch nicht zurückliegen. Aber es ist sehr gefährlich. Wir sind nicht so gut im Spiel wie gegen Augsburg. Nicht so gut im Spiel wie gegen... Gefühlt jedes andere Team. Ähm, ja. Ist zwar eine schwere Herausforderung. Und deswegen... Ja, ich weiß es nicht. Ich bin... Es ist okay. 1 zu 0. 1 zu 0. Ja, es ist natürlich nicht ganz so cool, aber... Es hat sich halt angewarnt. Shit. Yes. Da ist er. Er ist wieder fit. Er ist eingewechselt. Und macht das 1 zu 1. Okay, es steht 2 zu 1 für Gladbach. Das gibt es nicht. Ein 1 zu 1 ist ja so wichtig. Es war so gut und so wichtig. Direkt das 2 zu 1 von denen. Das ist nicht geil. Das ist nicht gut. Es ist so knapp, aber trotzdem. Fuck. Ja. Jetzt tickt die Zeit gegen uns. Das ist dieses Mal nicht so gut. Oh, Griffo! Boah, was? Wenn es nicht so spät wäre... ...dann wäre ich hier eskaliert. Alter, was? Letzte Chance. Und das werden wir wahrscheinlich nicht mehr packen. Es gibt nochmal eine Ecke und danach ist es vorbei. Ecken sind wir nicht so die Profis. Jetzt kriegen wir noch einen Konter reingedrückt, aber es ist egal. Wir verlieren. 2 zu 1. Bitter. Nicht unverdient, aber natürlich tut sowas trotzdem immer weh. Das ist ja klar. Leute, das war es jetzt von dieser heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Up and Downs mal wieder mit drin in beiden Folgen. Unbedingt beide Folgen auch abchecken. Der jeweils andere rechts oben beim i verlinkt. Ja, ich bin einfach gespannt auf die nächste Folge. Bei dir auch der BIP-Pokal. Also ich freue mich einfach drauf, da gucken zu können. Es ist ein schweres Spiel und es wird schwer weitergehen. Deswegen Tipps in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, hau da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hau da rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.